Die Kühe sind dein Ein und Alles, oder? Sicher. Die Kühe sind meine Familie. Wer ist das? Mein Grosskind. Du gehst uns nicht besuchen? Das ist gar nicht so einfach. 70! Ist das okay? Geht ihr doch eine Pause. Ich mache das schon. Kennst du mich? Mir ist nichts zu helfen. Mami. Ich bin stark. Sehr stark, Sura. Anderen zu vertrauen, das ist Stärke.